Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu meinem Video. Das ist jetzt ein spontanes Video, heute Abend geh ich live. Und ähm... Ich verstehe eine Sache nicht. Ich hab gerade auf mein Konto geguckt und ich hatte gestern, äh vorgestern, hatte ich noch 79.000. 79.000, irgendwas mit 800 oder 650. Irgendwas in dem Dreh. Und guckt mal jetzt. 72 Dollar. Von 79.000! Wenn ihr irgendwie, äh, wisst, woran das liegen könnte, schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Alter, Freunde, das regt mich gerade ein bisschen auf. Falls ihr das gemerkt habt. Heute um 20 Uhr bin ich live und ich hoffe, ihr schaut vorbei. Eigentlich wollte ich nur deswegen mal kurz ein Video machen, dass ich mal drauf ansprechen, weil ich mich gerade so erschreckt habe, dass ich jetzt nur noch 72 Dollar habe, anstatt 79.000. Alter. Das, das regt mich jetzt irgendwie ein bisschen auf, Freunde. Alter. Nein, der hat eine Million auf dem Konto und ich habe nur 79 auf dem Konto. Freunde, es regt mich gerade so ein bisschen auf. Es kann sein, dass ich beim Streamen selbst auch noch ein bisschen angekrotzt bin. Aber ich hoffe nicht. Oh, wo sind die ganzen Menschen hin? Wie laufen das jetzt immer so viele? Ja, das ist ja so. um nach vorne ich hab ja, jetzt kommt noch ein bisschen mehr von auf hier verrät mich das gerade ein bisschen auf und ich hoffe ihr habt Verständnis dafür falls es nachher am Stream auch noch so sein sollte ich werde das im Kalinen ausrauben, dann habe ich natürlich ein bisschen mehr Geld und ich hoffe euch hat es gefallen schaut einfach mal nachher um 20 Uhr bei meinem Stream vorbei ich bin montags und donnerstags um 20 Uhr live und ich hoffe euch hat es gefallen haut rein